Wir sind heute hier in Bozen in der Turnhalle und zwar geht es darum, einen besonderen Tag der Frau zu zelebrieren. Wir machen das heute ein bisschen anders, nicht Blümchen überreichen, sondern sich selbst schützen lernen. Als Südtiroler Freiheit haben wir aktiv Zeichen gesetzt durch diesen Kurs für uns Frauen, auch in der Praxis was zu tun für unsere Sicherheit. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Es ist ein erster Impulsthema gegeben und es sind so viele Frauen heute schon da. Wir haben eine Warteliste, deswegen wird es auch mehrere Kurse geben und wir freuen uns ganz fest auf den Nachmittag. Eigentlich muss man nur in die Medien schauen. Es ist fast schon täglich, dass man Horrormeldungen hat, dass Übergriffe, Angriffe, aber leider auch sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen, was gerade vor allem junge Frauen betrifft, fast schon an der Tagesordnung steht. Das hat sich durch die Massenmigration der letzten Jahre leider sehr, sehr verstärkt. Und auf der anderen Seite muss man froh sein, dass die Frauen sich interessieren für Selbstverteidigung. Auf der anderen Seite ist es natürlich traurig, dass es immer notwendiger wird. Ja, wichtig ist einmal, dass man sich nicht von der Situation übermannen lässt. Das ist nämlich meistens das Problem. Man ist es ja nicht gewohnt, in so einer Situation zu sein, dass man nicht erstaut sozusagen und nichts tut. Das ist einmal das Wichtigste, dass man sich da nicht einschüchtern lässt und dass man sich behauptet. Und dann natürlich am besten, wenn man ein paar diese Techniken, die wir heute machen, dann anwende. Da ist halt wichtig, dass die möglich einfach anzuwenden sein. Und das sollte man aber natürlich regelmäßig trainieren. In einem Kurs ist es ein bisschen schwierig, aber es ist zumindest schon einmal der Anfang. Und das ist ganz gut.